hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge star wars battlefront 2 mal wieder endlich mal seit langem wieder die letzte woche kam ja kein star wars battlefront 2 und ich habe ja schon ein bisschen gespürt zum kontrollpunkt ich hoffe er hat alles vorgeladen ordentlich jetzt weil ich muss einmal zwischendrin abbrechen weil er wieder ein update gemacht hat so viel dazu okay okay war es mal jetzt mal dabei hast zu jagen ja es ist wieder eine weile her dass ich das ausgespielt habe weil ich muss ja aufs neue mikro warten jetzt hört ich hoffe es hört sich besser an als vorher ja beton der toni ladung habe ich das richtig gelesen der toni ladung ich hoffe ich hoffe ich lese ich hoffe ich lese richtig weil es ging so komisch in der toni ladung hin gibt es irgendwas in der droide sag mal das drüge das ding ex-fighter die weiter sind ja näher die reunions so ein bisschen hier ein bisschen ich glaube sofort ein bisschen mal so ein bisschen über das mikro gucken weil das ist jetzt recht zu mir ist nicht mein mikro und gleichzeitig ein rechter bildschirm ein aufnahmeprogramm ist und deswegen ist es ein bisschen schwer zu erkennen wie weit wie viele minuten jetzt habe ich habe noch nicht ordentlich nachgemacht ich merke es gerade erst nicht ich habe mich nicht bewegen ich kann mich nicht bewegen okay versuchen wir so leise wie möglich zu machen die wir wollen die drohe gemacht wurde entdeckt ja so viel zum thema sind leise weg super woher wie raketen wer war das war au deckung deckung stirb okay ich ja das war jetzt sehr peinlich für die erste aufnahme eigentlich so jetzt haben wir alles von vorne es tut mir wirklich leid das war jetzt eigentlich etwas zeichen vermeiden wollte bei weiter natürlich so weiter geht's sie suchen noch nach uns ich eröffne das feuer verstanden auf jeden fall ist er jetzt tot ich hätte nicht erwartet dass ich sie so schalten kann aber vorbeischießen sollte ich glaube ich nicht da ist die kiste zum hacken ich muss mal kurz auch nicht schon wieder er sieht mich und sagt sich kontakt ich weiß nicht kann auch auf mich ich weiß nicht wie man ein granaten wir wollen ja noch kommen einmal hätte schon nicht hängen ich wollte ich habe normalerweise eine stunde vorgeladen gehabt aber dann muss ich ein update machen weil hat die ging jetzt habe ich keine zeit mehr dafür gehabt um vorzuladen sonst gibt es das video nicht nur könnte ich hoch bringen deswegen wo ich ich bin ein bisschen also jetzt nicht mit dem spiel beeilen aber halt muss ich mich bitten musste ich mich halt mit dem aufnehmen beeilen was macht denn er schafft ich frage mich was mit diesen druck lang los ist ich schießt ja genauso wie im film herzlich willkommen bei star wars dem film wo die truppe genauso scheiße schießen wie im film außer die ltsdc treffen irgendwie immer na danke ich muss mir das einfallen lassen zwar ziemlich schnell gegen kampfläufer ja du bist angegriffen schießt mal besser ich schieße ja auch schon fast wie ein truppe leider ich begebe mich auf deren niveau besser schießen und der da bewegt sich mal wieder nicht wie ich ja ohne zu zielen hätte ich jetzt war die truppe zielen gehen im verfickten stauers film ja schießt auf deine eigenen feste die vorderen nase stehen das ist perfekt und sie fliegen weg maul halten maul halten und nun oh nein 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 ich sehe schon das nein nicht mit dem kleinen gelben ding nicht mit dem stadtflitzer hat einen auch gesagt nicht mit dem stadtflitzer das waren alle da hinten ist einer nicht mit dem stadtflitzer ich will nicht mit dem stadtflitzer fliegen also ich sagte wir brauchen ein schiff hätte ich deutlicher sein sollen es hat waffen was will man mehr naa schnoppen und dann kommt es zu einer kettenreaktion genau bis zurück zu den stadt zerstörern das ist das verrückteste was ich je gehört habe sie lieben es ich liebe es äh ok hoppla ich hätte hier glaube ich warten sollen egal ich hätte ich hätte warten sollen ich hätte warten sollen ich hätte warten sollen nicht beschießen was chronische gegenmaßnahme der ok er ist nicht erstellt er ist auch verdammt stark eigentlich wenn ich das ziel ein bisschen zu locker genau wir können erst nach der betankung feuer sonst geht die ganze raffinerie hoch tun sie waren aber wenn wir verfehlen und die treibstoffzellen treffen sterben wir alle dann zielen sie äh das ding kriegt ein schaden ok das war scheiße gesteuert ein perfekter wolkenstadtwagen das ist kein wolkenstadtwagen ist betankungsplattform direkt voraus und drei sterrenzerstörer die wir sprengen werden wissen sie was sie hatten recht der wolkenstadtwagen ist absolut ungeeignet nein moment wir müssen nur die treibstoffzellen ausschalten und dann kommt es zu einer kettenreaktion genau genau ich muss ehrlich sagen ein wolkenstadtwagen hält kurz auf ihren zerstörer das ding hört den imperialen funk mit er ist doch für etwas gut 7,12 setzen sie weg dort auf abfang kurz wahrscheinlich eine lieferung aber wir können nichts geben verstanden kommando der wolkenstadtwagen macht keine lieferung abschießen verdammt selbst wir verlieren treibstoffzellen unsere flotte braucht das divana gas ich gebe mir mühe aber erst schnell ja so eine einde auf eurer seite wäre doch jetzt was aber die mussten wir eher verkraulen guter schuss wir können erst nach der betankung feuern sonst geht die ganze raffinerie hoch tun sie was aber wenn wir verfehlen und die schafft wir haben in ... über eine verlassene imperiale Fabrik auf Sallust. Admiral Bersio plant Waffen aus einem Depot dort zu holen. Wir werden zuerst dort sein. Ich habe um Hilfe gebeten, damit es klappt. Trill, Sie werden mit Lando Kairisian auf dem Boden sein. Sichern Sie die Waffen und dann holen wir sie ab. Was auch geschieht, mein Vater darf diese Waffen nicht bekommen. Sallust. Du hast ein mieses Gefühl bei der Sache. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Admiral Bersios Leute durften nicht dir sein. Wir sollten uns von Aiden abholen lassen. Ach was, es ist ein Stoßtrupp. Das schaffen wir. Und was, wenn nicht? Ich wollte eigentlich nur gesellschaftlerbasieren. Ah, taktische Analyse. Ich bin sie. Ich kenne mich auf Sallust aus. Nur immerhin damals bei der Befreiungsaktion. Das erklärt, warum das Imperium noch da ist. Ah, okay. Och nö, nicht hängen wir. Och nö, komm schon, nicht hängen. So, wo sind sie denn? Wo denn? Das ist ein Rau. Oh. Oh, da ist er ja. Warum hocken der hier hinten? Hat er gerade ernsthaft geschrien, dreckige Rebellen? Ist aber nicht sehr nett. Okay, das war's. Folgen Sie mir bitte. Äh, sollten Sie mir folgen? Das ist immer noch eine Mission mit dem Darmhof. Und ich bin immer noch General. Stiff, folge ich. Oh, wow. Ja, ein altes Fließband. Darauf hat das Imperium in die 80s von 4. Können wir irgendwas machen schon? Nee. Ah, da, interagieren. Okay. Ihm, hab ich Angst. Das funktioniert auf jeden Fall. Na, ob das eine gute Idee ist? Hier, steigen Sie ins Cockpit. Hey, äh, holen Sie bitte. Ja, für die Hand ist der Weg. Nimm Spaß. Sollen wir was von Privatsphäre gehört? Aber dafür umso mehr. Sehen Sie das? Diese Anlage ist gar nicht verlassen. Sie ist voll in Betrieb. Okay. Nimm der Stich, die Pfad, und lebe die Fabrik still. Gar kein Problem. Das haben Sie über Hansolos, hätten wir's, Jabbas, Palast auch gesagt. Hier kriegt das Sie. So wie immer. Wenn Sie dabei sind, gehört einfach nie etwas nach Plan. Haha. Ja, das ist das Hauptsame. Dort könnten wir die Fabrik abschalten. Das ist nur an der Tür. Und jetzt haben wir geholfen, ein AT-AT zusammenzubauen. Und wir probieren uns. Okay. Ich schieße, was du was zu tun hast. Das war die falsche Taste. Und ja, das ist mehr als nur ein Stoß. Was macht er denn da? Das war jetzt eine Mission, bitte. Nur rum gezappelt. was fragst du mich das ist ja auch das war die falsche taste das war mal die typen den laden abschalten wo genau mache ich das hier noch mal irgendwie habe ich nicht das gefühl neuer plan energie abschalten davon davon hängen jetzt kriegt ihr alle aus maul alle aus der schritt verpasst den ganzen spaß das waren die typen hallo gegner gegner da haben wir noch einen nur einen ich bleibe mal die kugel hier die 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 als Eiden. Was ist das denn? Ich will jetzt einfach Selfies machen. Wenn es so hängt. Klingt viel witziger. Nein. Ich meine, sie sind das Richtige, aber nein. Nicht anfassen. Ich meine, Nochmal zu Ihrem Plan. Ich arbeite dran. Was es auch sein wird, es wäre schön, wenn wir dabei nicht drauf gehen. Äh, äh. So, mal sehen, was das hier macht. Äh, nicht anfassen? Bitte? Oh nein, er will es anfassen. Sein Ernst? Sicher nicht. Oh, oh. Hup, sie raus, da raus. Jungs, die Lerba steigt, geht den lieber hier weg. Ciao. Lava kommt, Lava kommt, Lava kommt, Lava kommt. Nein, 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 nein. Lava kommt. Lava kommt nicht. So, wo geht es weiter? Ah, hier. Hör mir bitte. Lando hat sein letztes Spiel verloren. Ups. Bis zum nächsten Mal.